Das, was Microsoft da an neuen KI-Funktionen vorgestellt hat, soll nichts Geringeres als sein Security-Albtraum sein, der alle Windows-Nutzer betrifft. Was hinter Recoil genau steckt und wie gefährlich es ist, das schauen wir uns jetzt in diesem Video einmal genauer an. Bekanntlich ist Microsoft ja auf den KI-Hype ziemlich stark aufgesprungen und hat sogar Anfang von mir eine eigene Taste für Copilot, den neuen KI-Assistenten für Windows, eingefügt. Um den geht es hier im Folgenden auch, denn die Funktion, die hier so stark diskutiert wird, die ist Teil von Copilot Plus. Copilot Plus wurde auf der Entwicklerkonferenz Bild 2024 von Microsoft vorgestellt. Es ging dort um verschiedene Funktionen, unter anderem soll der Ad-Browser YouTube-Videos in Echtzeit übersetzen können. Die meisten sind aber von dieser Neuigkeit hier untergegangen, denn im Zuge von Copilot Plus soll Recall, nichts Geringeres als die endgültige Totalüberwachung in Windows bedeuten. Worum geht es konkret? Recall erstellt automatisch alle paar Sekunden eine Bildschirmfoto von eurem gesamten Computer, die werden gespeichert sowie später von sogenannter künstlicher Intelligenz analysiert, damit die Inhalte durchsuchbar sind. Dadurch gibt es für die Suche keine Anwendungsgrenzen mehr. Ja, bisher war das ja so, dass man als Nutzer wissen musste, wo habe ich denn meine Inhalte angeschaut gehabt. War das im Browser, dann schaue ich im Browserverlauf, um die wiederzufinden. War es eine Datei, dann gucke ich im Dateisystem bei Windows im Explorer in der Suche. Oder aber in externen Applikationen, zum Beispiel in einer Software für Notizen, dann muss ich die aufmachen, dort entsprechend suchen. Nutzer mit mehr Erfahrung werden das meist grob wissen, zumindest welcher Typ das ist, was sie da suchen, und insbesondere für die nicht so erfahrenen oder auch die alltäglichen Anwender dürfte es eine Erleichterung sein, wenn sie auf einen Schlag alles durchsuchen können, ohne jetzt in der Applikation einzeln zu suchen. Möglicherweise finden sich dadurch auch Zusammenhänge, wenn Informationen verstreut sind, zum Beispiel eine Datei, die per E-Mail verschickt und dort diskutiert wurde. Grundsätzlich versucht die Windows-Suche einen Ansatz in diese Richtung schon seit Längerem, zum Beispiel werden da Lokaldateien auch neben Online-Quellen, wie zum Beispiel Webseiten oder auch Microsoft-Software durchsucht. Das klappt aber eher schlecht als recht, wie hier auch einer der Entwickler zugegeben hat, das ist viel zu langsam, klappt nicht richtig, der findet nicht alles. Selbst auf leistungsfähiger Hardware ist das nicht wirklich ein gutes Nutzererlebnis. Das Konzept hinter dieser Bildschirmaufzeichnung, die man später auswerten möchte, die ist gar nicht so ganz neu. Es gab hier zum Beispiel Rewind, eine Anwendung für Mac-Systeme, die etwas Ähnliches tun, nämlich alles aufzeichnen und später durchsuchbar machen über verschiedene Anwendungen hinweg. Das gibt es auch heute noch, ist hier beworben als AI-Assistent, der eben hier die ganzen Infos sammelt, durchsuchbar macht. Allerdings gibt es hier ein paar relevante Unterschiede. Das kommt von extern, also ist eine eigene Anwendung, die nicht im Betriebssystem integriert ist. Außerdem läuft sie nur auf Apple, das heißt, die kann man auf Windows gar nicht benutzen. Daher bekam die auch nicht so viel Aufmerksamkeit, was hier nämlich bei Microsoft mit Copilot Plus passiert. Das ist ins Betriebssystem integriert und eben auch in das meistgenutzte, betrifft also schon mal alleine von der Zahl wesentlich mehr Nutzer. Wenn ihr auf dieser Seite mal runterscrollt, hat da Microsoft am Ende bei den häufig gestellten Fragen ein paar interessante Sachen aufgelistet, einmal wie es funktioniert. Innerhalb von Sekundenabständen machen die hier Bildschirmfotos und das Ganze soll in diesem Fall sogar lokal gespeichert werden. Das verwundert etwas, weil Microsoft ja sonst alles in ihre Cloud schiebt. Von diesen 50 GB werden dann maximal 25 für diese Aufzeichnungen verwendet. Sind die voll, löscht man die ältesten. Das entspricht ungefähr einem Zeitraum von drei Monaten. Dass alles lokal bleibt, ist schon mal relativ fraglich. Bei anderen Anwendungen, hier zum Beispiel bei Paint, gibt es ja auch die Möglichkeit, dass man da seit neuestem KI-Funktionen nutzen kann. Hier zum Beispiel wurde ein Bild von Hand gemalt. Das soll hier besser illustriert werden, also ausgemalt zu einem vollständigen Bild. Das läuft tatsächlich lokal. Allerdings gibt es hier trotzdem Anfragen an Microsoft hier von diesem Prompt. Der wird an die Server geschickt und die entscheiden, ob wir das dann machen oder ob wir sagen, nee, das ist uns zu kontrovers, das möchten wir nicht haben. Ob es bei Recoil weitere Prüfungen gibt, zum Beispiel von dem, was man sucht oder von dem, was aufgezeichnet wird, das ist unklar. Klar ist bloß, bei den Cloud-Diensten gibt es das schon lange. Die werden automatisiert durchleuchtet. Auch nicht erst seit gestern. Seit 2014 ist das Ganze bekannt. Da gab es schon Festnahmen, weil eben da jemand Sachen hochgeladen hat, die Microsoft als verdächtig erkennt. Da werden dann Anzeigen erstellt. Dementsprechend kann es dann hier zum Beispiel zu einer Hausdurchsuchung kommen. Teilweise, obwohl das ziemlich unberechtigt ist, zum Beispiel bei Familienbildern. Aber das stört ja die KI nicht. Für die Leute mit Microsoft-Account hat das noch einen anderen positiven Seiteneffekt. Nämlich werden da die Konten gesperrt. Das ist ja gerade bei Windows ein Problem. Wenn man sich da zum Anmelden verwendet, kann man sein PC erstmal nicht mehr nutzen. Plus alle weitere Daten, die da noch mit dranhängen, wenn man zum Beispiel die E-Mail-Dienste nutzt, Daten auf OneDrive gespeichert hat. Das ist dann alles weg und man hat Pech gehabt. Ebenso auch Lizenzen. Hier zum Beispiel hat jemand für hunderte von Euro Office 365, die Lizenz hat er sich gebucht, die ist weg. Auch seine Spiele für über 1000 Euro. Das heißt, sowas hier, das kann ziemlich große Auswirkungen haben, wenn man sich da auf die Cloud-Dienste von Microsoft verlässt und die da irgendwas finden, was der Konzern nicht haben möchte. Gibt es da denn gar keine Schutzmaßnahmen? Naja, doch, die gibt es. Das steht hier auch etwas weiter unten drin. Gucken wir uns erstmal diesen Absatz hier an. Die sagen, es gibt keine Momentanaufnahmen, also diese Bildschirmfotos, die da erstellt werden in Webbrowsern, wenn man aber nur den Edge benutzt im privaten Modus. Alle anderen Browser sind ausgeschlossen, sprich die werden immer erfasst. Da gibt es keine Ausnahme. Und natürlich DRM, also Digitale Rechteverwaltung, Kopierschutz. Sowas wird berücksichtigt von Netflix zum Beispiel. Wenn ihr da ein Video anguckt, das wird da nicht erfasst. Aber eure privaten Daten, die sind Microsoft ziemlich egal. Die nimmt man da mit rein. Also hier irgendwie Passwörter, Bankkonten, wenn ihr zum Beispiel Online-Banking macht, eine Überweisung. Oder ihr kriegt irgendwo bei manchen Diensten ein Passwort per Mail etwa geschickt. Irgendwelche Zugangsdaten, Codes und so weiter. All das landet da drin. Die Liste könnte man weiterführen, zum Beispiel irgendwelche Diagnosedaten, wenn ihr die öffnet. Oder eben andere sensible Sachen, die für euch persönlich sensibel sind. Man denke zum Beispiel an gewisse Videos, die viele anschauen, die ich jetzt nicht nennen kann, sonst gibt es Stress mit YouTube. Das ist dann inklusive dem Titel durchsuchbar. Da drin wahrscheinlich auch noch ein Bildschirmfoto mit Zeitstempel, weil ihr das angeguckt habt. Ja, da drin landet eine große Menge an Daten. Hier oben habt ihr es ja gesehen. Das sind ungefähr drei Monate, die hier in diese 25 GB reinpassen. Diese Bewertung von einem Security-Albtraum kommt von keinem geringeren als einem unabhängigen Sicherheitsberater, der auch zuvor bei Microsoft gearbeitet hat. Dem sein Kernargument ist nämlich, diese Daten, die man hier sammelt, die sind ja auf dem PC drauf. Das heißt, die hat man unnötigerweise erfasst. Wenn da jetzt irgendeine Schadsoftware kommt, kann er darauf zugreifen und sieht, was man da die letzten Monate gemacht hat. Die sind in wenigen Minuten vom Rechner runtergezogen. Die kann sich dann der Angreifer in Ruhe anschauen und nach Sachen durchsuchen, die er irgendwie missbrauchen kann. Kontonummern zum Beispiel, damit kann man Betrug begehen, irgendwelche anderen interessanten Informationen, vielleicht diverse Bilder oder Videos, mit denen man jemandem erpressen kann. Da wird sich vor allem bei Privatleuten einiges ansammeln. Das Fazit des Sicherheitsforschers ist daher, es handelt sich hier um eine gefährliche Funktion, von der abgeraten wird, zumindest in der jetzigen Form, soll man die auf keinen Fall benutzen. Er sieht hier auch, die Sicherheit des Windows-Ökosystems bedroht das Teillicht. Die ist zwar eh schon nicht besonders gut, aber damit wird sie nochmal deutlich schlechter. Grundsätzlich bleibt hier auch die Frage, wie vertrauenswürdig sind solche Versprechen von Microsoft. Ich habe es hier schon in einigen Beiträgen gezeigt, es gab hier schon etliche Sicherheitskatastrophen bei denen, wo sie teilweise selber ihre eigenen Sachen nicht mehr durchgeblickt haben, wo hier schwere Sicherheitsmängel aufgetreten sind, in richtig großem Stil in ihren Cloud-Diensten. Das ist nicht mal der Gipfel des Ganzen. Als Krönung kommt hier noch hinzu, dass Microsoft sich ihr Totalversagen nicht mal eingesteht, sondern am Schluss sogar versucht, die Sachen runterzuspielen, die Wahrheit verdreht. Das ist also ziemlich unseriös in meinen Augen. Das Ganze hat solche Dimensionen angenommen. Man könnte mittlerweile wahrscheinlich eine ganze Serie daraus machen. Hier 60.000 E-Mails sind geklaut worden. Microsoft hat davon nichts bemerkt von ihrer ganzen Reihe an Sicherheitsmängeln. Das war ja nicht bloß eine. Das geht so weiter. Hier zum Beispiel 38 Terabyte an Daten hat Microsoft aus Versehen ins Internet gestellt. Das betrifft hier auch sensible Daten, zum Beispiel hier Passwörter und Schlüssel. Die Liste könnte man noch sehr lange fortsetzen. Fazit ist, Sicherheit steht bei Microsoft nicht im Fokus, eher Hippie-Ki-Funktion. Auch in Windows hält sich Microsoft nicht mal an ihr eigenes Wort. Ein Beispiel, der Zwang zum Microsoft-Online-Konto, der wurde erst für Windows 11 Home eingeführt. Davor war das optional. Da hieß es, wer das nicht wollte, der soll einfach die Pro-Version nehmen. Okay. Doch es dauerte nicht lange, bis dann der Online-Zwang auch für Windows 11 Pro kam und sich zunehmend auch schwerer umgehen lässt, wenn man das denn nicht möchte. Generell ist die Datensammelwut von Windows 10 zunehmend ausgeufert. Ein Anwender kann das kaum noch beherrschen und schon längst nicht mehr komplett abschalten, bloß noch eindämmen. Selbst wer sich jetzt da durchkämpft und dann mit verschiedenen Einstellungen, Gruppenrichtlinien, teilweise Drittanbieter-Software versucht, das irgendwie einzudämmen, kann trotzdem nicht aufatmen. Die vom Nutzer gesetzten Datenschutzeinstellungen, die werden nämlich gerne mal von einem Windows-Update wieder überschrieben, sodass die alle wieder aktiv sind, also die Daten wieder an Microsoft fließen, statt eben das Ganze abzuschalten, damit es einigermaßen datenschutzfreundlich ist. Natürlich vollkommen versehentlich. Sind alle Windows-Nutzer nun gefährdet? Zumindest erstmal nicht von Copilot Plus und damit Recall, denn der verlangt einen aktuellen Snapdragon X NPU. Steht hier oben auch drin, erst wenn der vorhanden ist, kommt dieser Knopf, mit dem man das Ganze nutzen kann. Die erscheint voraussichtlich im Juni 2024. Bisher lassen sich die Geräte, die damit bestimmt sind, nur vorbestellen. Hat man hier oben auch sehen können, hier bei Microsoft die Surface, also die hauseigenen Geräte, kann man hier bloß auf Vorbestellen klicken, aber sie eben aktuell noch nicht kaufen. Ja, sind auch gar nicht so ganz günstig. Im Gegensatz zu anderen eher fragwürdigen Funktionen landen Recall und Co. also nicht mit dem nächsten Windows-Update unfreiwillig auf jedem Gerät. Das wird in ein paar Jahren schon anders aussehen, zumal der Konzern ja Windows 10 ab 2025 nicht mehr unterstützen möchte, sodass in dem Zug wahrscheinlich ohnehin bald einige neue PCs gekauft werden. Noch gefährlicher wird das Ganze, wenn man die Daten in die Microsoft Cloud legt, weil das schließlich super praktisch, das Ganze gleich zu synchronisieren, damit man auf dem Laptop sieht, was man am PC gemacht hat. Matiation an Microsoft-Konto erzwungen, dann kommt man hier in die super Microsoft Cloud, wo schon hier das gut anfängt mit dem nächsten Schreibfehler. Vorher gab es schon mal einen, wer gut aufmerksam zugehört hat. Das ist ja alles super sicher, also warum nicht? Spätestens dann sind wir in der nächsten Eskalationsstufe, dann werden auch Geheimdienste wieder Anspruch auf den Zugang zu diesen Infos erheben. Zum Beispiel unter dem Vorwand des Kinderschutzes und ähnliches kennen wir ja alles schon. Und für die wiederum ist klar, wer sich irgendwie anonym im Netz verhalten will, der ist ein Extremist und muss hier auf eine schwarze Liste zusammen mit Mördern und Terroristen und sonstigen, die hier zu überwachen sind, weil die super gefährlich sind. Genauso wer verschlüsselt, ist doch klar, wer will schon seine Privatsphäre schützen, das ist ja alles furchtbar, die müssen wir alle überwachen, da hilft Microsoft ja gerne, das kennen wir ja schon von den ganzen Snowden-Dokumenten, da wird alles, was die an Daten haben, an die Geheimdienste geschickt. Was sie dann damit machen, ist eine Blackbox. Die Idee hinter Recoil wäre im Grunde spannend, wenn es sich um freie, transparente Software handeln würde, die man freiwillig installiert, wie jedes Programm, statt die eben ins Betriebssystem proprietär zu integrieren. Aber genau das macht Microsoft und verlangt die manuelle Abschaltung, beziehungsweise Einschränkung, wenn man das nicht möchte. Sowas von einem Konzern, der jetzt nicht gerade dafür bekannt ist, seine Versprechen zu halten und wo Sicherheit auch nicht oberste Priorität ist, da überwiegt im jetzigen Zustand die Missbrauchsgefahr durch stark. Es ist weder die erste, noch wird es die letzte Daumenschraube gewesen sein, die Microsoft anzieht, solange genügend Leute weiterhin Windows kaufen und nutzen. Warum sollen sie auch was anderes tun? Solange Leute es weiterhin kaufen, der Umsatz steigt, dann ist aus Sicht von Microsoft alles richtig. Wer Datenschutz und Sicherheit nicht endgültig aufgeben möchte, sollte das als letzte Warnung sehen, zu einem freien Betriebssystem zu wechseln, wo er selber bestimmt, was bei ihm alles läuft, statt sich da von einem Konzern bevormunden zu lassen. Etwas Positives hat Microsofts radikale Unternehmenspolitik ja durchaus. Der Anteil an GNU-Linux-Nutzern wächst und wächst mit jeder neuen Zumutung, die sie den Nutzern aufdrängen. Insofern danke an den Microsoft CEO, hat zwar lange gedauert, aber besser spät als nie. Wie sieht es bei dir aus? Nutzt du noch Windows oder bist du schon bei GNU-Linux? Schreib es doch mal auf uLabs.de ins Forum oder hier in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.